Ihr tretet den da drüben mächtig in den Arsch, was? Bisher tut mir uns der Arsch weh. Und die Wichser aus den Flugzeugen ficken jetzt 100 Jungfrauen. Meine Frau und meine kleine Tochter starben am 12. September. Also ich bin doch der Vater. Nee, na, natürlich. Bist du dir aber irgendwie unsicher? Was? Nein, ich bin mir ja unsicher. Nee, nicht unsicher. Hast du mich deswegen versetzt? Was? Was? Ob du mich deswegen am Flughafen versetzt hast? Was? Nein, ich hab dich angerufen, weil ich wollte, dass du mich abholst. Hatten Sie vielleicht in der letzten Zeit Kontakt zu einer anderen Person? Ich meine, Intimkontakt? Wo ist die Leiche? Frau Grant, da haben Sie in der letzten Zeit jemanden kennengelernt, mit dem Sie, naja... Irgendwelche Partys? Kontaktbörse? Singletreffs? Hallo? Ich glaube, ich hole noch lieber einen Schluck Wasser, oder? Hallo von mir aus. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, 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 ich bin ja. Untertitelung des ZDF, 2020